Die Rollala, die Rollala, die Rollala, der Kassbohle ist schwebt doch doch. Die Rollala, die Rollala, die Kassbohle ist doch. Hallo! Kuckuck! 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 Hallo! Sind doch wieder alle da? Oh, das freut mich denn! Haben doch alle wieder Zeit, zu mir zu schauen? Ja, also gut! Ja, Sali Gabriel, Sali Julian, ja und Sali andere Kinder. So viele Namen, die kann ich mir gar nicht merken. Also, jetzt wisst ihr, wie es geht. Zuerst, hau ruck, gellet? Machen wir auf. Und los geht's! Eins, zwei, drei. Ha ruck! Ha ruck! Ha ruck! Und noch die andere Seite. Machen Sie ein bisschen lüter, dann geht's noch schneller. Ha ruck! Jawoll, schaut mal an, das ist dann gut. Jetzt, hören wir zum Anfang auch noch mal ein Liedchen machen. Ich denke, das können viele. Machen wir noch mal ein Aramsamsam. Also gut, hören wir an. Aramsamsam, aramsamsam. Guli 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 ramsamsam. Aramsamsam, aramsamsam. Guli 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 ramsamsam. So, habt ihr es noch gehört? Super! Und hört jetzt. Jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Ich hab gestern oben einen Traum gehabt. Und in diesem Traum sind zwei Vieh gekommen. Und die andere, die heisst Rea. Und die andere, die heisst Lisa. Und dann haben sie gesagt, wir wollen da ein Ballett aufführen. Ein Fehenballett. Oh, das ist dann toll. Also gut, machen wir das. Ich verspreche euch das, dass die Kinder mal schauen, ob das den Kindern gefällt. Also, machen wir jetzt erst einmal den Vorhang zu, für das neue Stück ein Ballett. Also, da machen wir es erst zu. Ruck, Hau. Und Ruck, Hau. Ruck, Hau. Ruck, Hau. Bis dahin. Ruck, Hau. Ruck, Hau. Ruck, Hau. Ruck. Ruck, Hau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020